Heute für euch 5 umstrittene Anime, die verboten wurden. Los geht's! Starten wir mit der Nummer 5. China ist bekannt für seine harten Zensurgesetze und offenbar nimmt das dortige Rechtssystem die Kindheit der Heranwachsenden sehr ernst. Zumindest war dies ihre offizielle Position, als sie die populäre Anime-Serie Attack on Titan verboten haben. Der Verbot wurde begründet, indem man sagte, dass die Serie zu gewalttätig wäre und die Kinder, die diese Serie schauen, später zu kriminellen werden ließe, da sich die Bilder in ihren Köpfen festsetzen. Weiter geht's zur Nummer 4. Frankreich ist das typische Künstlerparadies. Mit seiner Kultur und seiner Geschichte scheint er der perfekte Ort für die Schöpfung neuer Ideen zu sein. Außer wenn es um Nazis geht. Bei dem Versuch eine Serie namens Kinnikuman zu schreiben, welche von einem guten Nazi handeln sollte, schossen sich die Erfinder selbst ins Aus. Frankreich hat sehr harte Gesetze darüber, was im TV gezeigt werden darf und was nicht. Nicht einmal die Hälfte der ersten Staffel der Serie wurde ausgestrahlt, bevor sie komplett verboten wurde. Die Nummer 3. Durch die tragischen Ereignisse des 11. September 2001 hat sich das Medienverhalten in Nordamerika drastisch verändert. Seitdem wird die Geschichte des World Trade Centers sehr respektvoll behandelt. Viele Autoren meiden Bilder, die an die schrecklichen Ereignisse erinnern. Und genau aus diesem Grund wurde die Debütfolge der 2001 veröffentlichten Serie Transformers verboten. Die Folge, die nur drei Tage vor den Geschehnissen ausgestrahlt wurde, zeigte, wie Optimus Prime mit einem Wolkenkratzer kollidiert. Und da kommen wir auch schon zur Nummer 2. Habt ihr euch schon jemals gefragt, wie die Länder der Erde aussehen würden, wenn diese wie Menschen aussehen würden? Die Sendung Hitalia bietet eine Antwort. Was als Webshow begann, erhielt einen so großen Zuspruch, dass sie in eine Fernsehsendung umgeschrieben wurde. Nicht alle Länder waren davon angetan, personifiziert zu werden. Südkorea wehrte sich gegen die Serie mit dem Argument, dass ihre Charaktere verschiedene Kulturen verallgemeinern würden. Die Show entfernte den Charakter von Südkorea aus der Sendung, doch das war anscheinend nicht genug. Die Bürger wollten die Serie komplett aus ihrem Land verbannen und sendeten dem Personal des ausstrahlenden Senders sogar Morddrohungen. Letztendlich wurde die Sendung in Südkorea komplett verboten. Und da kommen wir auch schon zur heutigen Nummer 1. Pokémon genießt zur Zeit aufgrund des Videospiels Pokémon GO eine riesen Aufmerksamkeit. Karten, Spielzeuge und auch Videospiele sind nur einige Arten davon, mit seinen Pokémon zu agieren. Doch nicht jeder liebt die entzückenden Kreaturen. 2001 verbot Saudi-Arabien alles, was mit der Serie in Verbindung gebracht werden konnte. Religiöse Personen interpretierten das Wort Pokémon falsch und meinten, dass dies eine zionistische Propaganda sei. Zudem argumentierten sie damit, dass Pokémon Kindern genau das vorlebt, was gute Kinder eigentlich nicht tun sollten. Man kann es auch übertreiben. Aber naja, jetzt könnt ihr das Video noch mit all euren Freunden teilen. Klickt hierzu einfach in die Mitte oder auf den Link in der Beschreibung. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!